Was ist der Erfüllungsort? Was ist der Erfüllungsort? Statt Erfüllungsort sagt man auch Leistungsort. Leistungsort. Erfüllungsort oder Leistungsort. Und damit ist es eigentlich ganz klar, Leistungsort, der Ort, an dem geleistet wird oder geleistet werden soll zumindest. Das ist der Erfüllungsort, der Ort, an dem erfüllt wird, an dem der Vertrag erfüllt wird oder vielleicht etwas moderner, an dem die Leistung geleistet wird. Wollen Sie lernen ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.